Hier sind wir wieder im kleinen Wäldchen. Das Wäldchen. Ja, und da kommen schon wieder. Alter, nicht dein Ernst. Tuck dich mal, tuck dich mal. Vielleicht sehen die uns nicht. Ich bin schon entdeckt worden. Also bei mir ist da nicht durchgestrichen das Auge. Wo ist eigentlich der Fette hin? Ist der... Kann ich sagen, dass du uns das wieder ignorieren? Also, nee, nee, nee. Der eine kommt direkt auf mich zu. Ja, jetzt sehen sie mich aber nicht mehr grad. Also, mich sehen sie grad nicht. Da ist das Auge durchgestrichen. Jetzt, jetzt sehen sie mich. Mich, jetzt sehen sie mich. Jetzt ist das Auge weg. Aber das ist nur eine. Wollen wir mal Feuer machen? Wollen wir schon verbrennen? Ja, das habe ich genau gleich hab ich mich grad überlegt. Warte, wir bauen mal ganz schnell so ein ganz kleines Feuer. Dann könnte man noch mal Rüstung machen und nach Hause laufen. Das wäre mega nice. Na gut, dann haben wir das jetzt auch schon mal gelöstes Problemchen. Glaubst du, wir finden so den Zelten... Scheiße, jetzt würden wir gar nicht in die Böhle, ne? Ich weiß ja. Ja, ich kann es leider sagen... Ach, da! Ah, ich weiß, wo wir sind. Ach, ja, ich auch. Okay, wir müssen einfach nur am Strand da entlang, dann müssten wir das wieder eigentlich finden. Ah, den Fetten haben wir auch noch nicht gesehen, komisch, dass wir gerade den sehen, ne? Mitten am Tag und so. Schon komisch. Ich habe das zwar, glaube ich, ein anderer als der, den ich als erstes gesehen habe. Ja, 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 die erste war ein Fett. Das war ein einfach Fett. Das war ein einfach Fett. Der ist ja, boom, boom. Und der hat einfach 10.000... äh... Haken, Armen, Tentakel-Dinger oder so. So, Inventory. So, wie viele hab ich denn? 6, genau noch mal. Sehr gut. So, das waren wir zu viel. Oh, ich brauch noch drei. Brauchen wir noch drei? Nö. Nee, leider nicht mehr. Schade. Ja gut, die Köpfe, die brauchen wir nicht. Gut, dann... Ja, ab nach Hause würde ich sagen. Am Strand entlang oder durch den Wald? Ja, aber was wollen wir denn daheim eigentlich machen jetzt? Weil ich habe jetzt eigentlich noch volle Vorräte. Schön viel Fleisch dabei. Ja eben, die können wir mal... Und die könnten wir eben mal ablagern, weißt du, damit wir mehr mitnehmen können. Ja ja, aber... Dann beschwässig ich dir, dass wir kein Fleisch dabei haben zum Krühen. Ja, in der Höhle halt. Ja. Wollen wir jetzt in die Höhle gehen? Ich weiß halt nicht... Hätte ich halt gedacht, dass wir es vielleicht mit gleich Höhle gehen verbinden. Ah, da ist der Große, ich sehe den Große. Ah ja, ich sehe ihn auch. Aber gegen Surn, da haben wir echt keine Chance, ne? Ich glaube auch nie im Game, weil egal welche fette Waffe du hast, welche Rüstung, ich war sofort down. Ja, vielleicht kann man die Angriffe von dem irgendwie blocken und dann... Ich glaube es nicht. Aber der hat so schnell angegriffen irgendwie, das... Der hat mich weggeschleudert wie so ne... Ja. Wie so ein Ping Paul... Ball. Sind das die zwei Tümer, wo wir schon mal waren? Ne, oder? Doch, das waren die zwei, glaube ich. War nicht so weit hier? Waren wir schon mal so weit? Ich glaube ja, dass wir das mal so weit waren. Ja, sehen wir ja gleich. Oh... Das kannst du auch nicht sein. Ach, du bist dich doch. Oh, ne! Ach komm, die schaffen wir schnell. Greif in den schnell an, damit der eine... Ach, komm! Läuft der auch mal da drüber. Läuft bei dir, okay. Wollen wir nochmal einen Lackerfall machen? Aber das ist... Hängt er bei dir auch so in der Luft? Ja. Soll ich nicht mehr mit? Jetzt hab ich voll den Froschenhals hier. Spucken aus. Ja doch das war hier bei den Containern und so. Sind wir gar nicht so weit weg von zu Hause. Ich gehe mal wieder nach oben vielleicht ist es wieder was neues gespawnt. Neja, schauen wir mal ob da was neues gespawnt ist. Die Sepaw 가운데 ist. So ob hier steht aber Ó wäre es spawned was neue Sto oben. �ading ist... Weir�ain! Zwei Flares? Ne, ne flight. So komm wieder runter. Ach laber differ глаз. Spawnt doch nicht immer wieder was, oder? Bis ausschaut schon... Hey ich komm da jetzt nicht mehr hoch. zwei flares mehr so kommt da runter aber es ist und doch nicht immer wieder was oder es ausschaut schon ich komme jetzt nicht mehr hoch da das gleiche problem kommt dann schaue ich da drüben dabei kannst du versuchen doch zu kommen ja gut wegen dem typ machen das glaube ich kein feuer hier oben ist jetzt bei mir war nichts außer aus in der flair was übersehen vielleicht habe ich letztes mal das irgendwie übersehen kann auch sein kann auch sein oder warten immer die leiche mit dem wasser daheim nimmt man mit solange bin ich angegriffen werden dann gibt es nicht zu schnell ausdauer verlieren ich habe nur noch hälfte ausdauer ich habe nicht drei vierte solltest du vielleicht die leichten ich glaube das macht keinen unterschied oder keine ahnung ist man die ganzen dinge wo man nicht aufmachen konnte ja alt kann ich kann echt schnell was wie hast du das gemacht ja ich habe das auch beobachtet deswegen habe ich gesagt alter wärst du das gemacht stoff ich sie stoff ist stoff ja ein totem halt ja und sich diesmal auch was für ein wunder kein stoff doch ich habe stoff gehabt bei mir war dann nur steine und zum zack komisch da ist kein stoff dabei stoff da ist ein stoff dabei nimmst du die leiche mit wo ist denn die ich habe da ist noch ein tote ne hier ist auch wieder ein zeil und deshalb ganz bestimmt nicht vergessen kann leider keine seile mehr mitnehmen ja ich auch nicht müssen wir mehr seile verwenden ja wir brauchen immer noch ein kaninchen feld einer ein habe ich ein feld bei mir ist ein direkt vor mir ist ein kaninchen killes da 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 ein bisschen blizzards hier könnte man ein käfig aufstellen da ne da ist wieder schon ein typ mir fällt gerade auf das ist ja ein baum der groß war und ist nicht gut aus auf jeder mitgenommen ich kann das nicht mehr mitnehmen ja ok kannst du vielleicht noch mitnehmen ich konnte beide sich nicht mitnehmen ja nur ist sich doch ein bisschen mit lissard ding aus mit lisa wenn du so viel lissard dabei hast kannst du dich auch aus und am strand sind neuliche wie war es sehr schwach was du bist schon daheim also ich kämpfe hier weißt du gegen drei vier und du bist daheim jetzt häng ich am baum endlich daheim ein sicheres gefühl hier ist voll kahl alles habe ich das alles abgeholzt holy shit kennst du mal bitte vor die tür kommen wir haben ein habe ich schon jetzt habe keine angst jeder muss jeder ist mal einer reihe ich nehme die ja das denke ich mir du kannst man nehmen ja ja rüstung auf hätten hier und ich muss essen muss ich auch wieder was habe jetzt genug knochen ich glaube ein mensch sind sechs knochen oder ich weiß genau genauso viel wie man braucht für die rüstung genau die zwei da drin kann jetzt hier ok du bist so nett zu mir ich weiß ich habe nicht zu nett ach unser ding ist auch randvoll ja aber da auf der insel nicht naja ja gut zwar schon rüberfahren und das fleisch ablegen und das rapid skin so habe ich erst mal was gegessen schnell ruhig nur wegen den knochen kommst du ja ich rüst mich gerade noch aus chill dein leben so ich glaube mehr knochen habe ich nicht ich habe nur noch drei jahren kann ich nicht viel anfangen dann mehr ist hier nicht ein vogel scheiße weg na gut ich komme noch irgendwas so los geht's ich denke wieder meine ecke damit das boot nicht ja ich merke ich glaube das war schon eine gute idee hier draußen weißt du ja wir echt sehen wie stark die viecher sind ja wenn die wenn der einmal gegen so eine wand läuft ist glaube ich da und so hat nur noch seine zwei felsen und dann ist gut du hast doch zwei oder brauchen wir noch zwei du hast doch zwei ja geil dinge ist auch voll cool also fleisch und jetzt verlust es nicht da das ist nicht voll was das ist ja gut so viel ist noch nicht drin ich weiß jetzt nicht ob ich das vorgemacht habe ne hast du nicht ich habe schon noch drei oder vier stück hingegen so ich habe es auch keine fleisch mehr bleiben wir gleich in der nacht hier mal oder pennen wir gleich hier oder ja kann man machen gleich mal speichern war da geil wie das da hinten ausschaut wir können nicht schlafen schau dir mal wie das da hinten ausschaut alter richtig der hammer das stimmt schon ja alter aber wir können nicht schlafen warum wieder nicht man das kann schon sein aber vorhin haben wir doch mitten in der nacht eigentlich ja das war vielleicht der fehler weil wir zu später geschlafen haben ja das kann sein ja die plattform ist nicht gerade eben ja nee muss eigentlich ganz schön rumspringen ich habe ja gesagt mit symmetrisch ist das hier ganz nicht naja na egal aber speichern können wir schon mal das ist schon mal etwas ja habe ich auch schon gemacht wasser haben wir auch da sehr schön hm gut was machen wir jetzt die folge noch wir könnten entweder hier das ein bisschen ausbauen noch was sagst du sagst du da jetzt noch Wände drum machen größer machen oder erstmal größer machen und dann Wände drum ja aber das Wasserteil da darf kein Dach drüber sein ne also Wände ja aber doch vielleicht wieso kein Dach ach so wegen Regen ja wollen wir eigentlich noch ein zweites Regenteil bauen können wir machen können wir machen theoretisch ja aber ähm wir können ja so machen dass wir noch eine Plattform machen ne so gesagt jetzt hier direkt anbauen und zwar hier ein kleines Häuschen hinbauen so dass das so gesagt unsere Anlegestelle ist mit den ganzen Materialien und drin haben wir echt unser Haus ok jetzt haben wir unser Bett natürlich hier ja wurscht oder wie also abreißt du was nicht ist das klar haha so also haben wir zwei so Dinger oder können wir da direkt ich glaub nicht oder jetzt mach ich das schnell ausprobieren ich mach nur was kurz ausprobieren ich mach mal Feuer ich hab jetzt irgendwie Bock auf Feuer na gut mach mal Feuer ne ah so schön was ist was ist ja nice also stell dir mal vor auf einmal kommt ein Hai und mach alles kaputt na weißt du was mir noch auffällt äh auffällt einfällt was wir noch machen könnten was wir könnten mal da unter den zu diesem Baum gehen aber am Strand entlang weil die sind ja immer rumgelaufen ob da eine Höhle oder so ist ja da ist nichts hab ich schon mal nachgeguckt glaube ich sicher? wann hast du nachgeguckt? ne sicher bin ich mir nicht weil beim Baum waren wir ja aber wir waren am Strand nicht weil laufen die immer da runter wenn man vielleicht interessant so wisst ob da eine Höhle ist ist jetzt ein bisschen blöd ne außer du hast keine Lust doch ne ich hab keinen Bock das Spiel langweilt mich komm lass uns irgendwas anders spielen ok bisschen kacke ne irgendwie kann ich nur sowas ja ich kann nur sowas das macht es automatisch die waren bei eben dieser Plattform das macht die irgendwie automatisch ich krieg's nicht hin einzel ach ok ich verstehe glaub schon dass du es hinbekommst hör an dich naja oder du machst es so eh natürlich auch warte ok 5 dinge na gut aber so ist es bisschen umständlich oder? ich sicher dass es nicht anders geht? ich will nicht speichern ich will das so kann man eigentlich jetzt dieses small ding da ins wasser bauen? naja aber auf die Plattform kann man spawn naja ok hm ich bin mir grad so irgendwie und dann ah was mir noch auffällt einfällt wir könnten noch ähm ähm zu ein Lager bauen wo wo wir äh Snacks und so reinhauen könnten oder Medizin und so oder brauchen wir das hier nicht? doch das war super ja eigentlich nicht aber da können wir einfach was unterstellen wenn wir das Haus vielleicht bauen oder so nehmen einfach so ganz viele Regale wo wir haufenweise voll den Vorrat haben ja wäre eigentlich ganz geil das ist eine geile Idee einfach so ein Vorratslager weißt du ja das ist einfach hier was hier sicher ist weil wenn das da hinten mal überrannt wird oder so dann haben wir da hier nichts mehr dann ist alles weg das weiß ich ja nicht also ich kann hier schon eine Wand ziehen aber sieht halt scheiß aus glaub ich mal guck hier ne ja ne machen wir es lieber so wie du ein bisschen umständlich dann ist es wenigstens ein bisschen symmetrisch jetzt mach ich mal schnell löschen ah so hast du es vorher keine ja eventuell weißt du es oder wenigstens nur das dann müssen wir halt hier ähm irgendwie so eine Treppe oder noch so eine Plattform rüber wenn wir schön zu dem Wasser den kommen weil jetzt haben wir jetzt natürlich durch das Ding hier gut das wäre jetzt kein kein Himmelswerk das noch mal zu bauen aber ne wär jetzt nervig glaub ich ja eben glaub ich schon also deswegen willst du jetzt alles abpacken da wo dass wir dann komplett außenrum gehen müssen für alle Vorräte oder willst du jetzt nur das Wasser aussperren ach so ich hätte jetzt ich weiß nicht das wäre natürlich jetzt so eigentlich habe ich jetzt überlegt dass wir ein ganz normales Haus bauen aber hier das gibt doch nicht ich muss das noch mal bauen warte das ist oh scheiße ich muss manchmal was essen ja okay ich muss da was rein holen und was trinken muss ich auch wenn es ging natürlich wenn man zu viel Hunger hat kann man kann man Leben verlieren mit der Waren komplett leist ja 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 klar klopp schon okay dann esse ich lieber mal was zu haben gut was zu kenn ich was was hab ich denn da noch was hab ich denn da noch ach so ich hab da noch ganz kleines hallo nicht so oft die Folge ist eh bald vorbei da was hast du denn jetzt geplant willst du jetzt was aussperren jetzt pass auf jetzt pass auf entweder das musst du jetzt so entscheiden jetzt pass auf zack ähm so und dann ein Dach drüber weißt du dass wir hier einfach ein Dach über einen Schlafplatz haben sieht natürlich schick aus ja gut das ist natürlich das könnte man natürlich auch noch mehr und dann könnte man hier noch so eine Plattform drüber bauen dass wir außenrum zum Wasser kommen so eine Art und dann hier einfach was schickes haben aber deine Idee fand ich auch gar nicht mal so schlecht eigentlich gut dann müssten wir aber 1,2,3,4,5,6,7 oder sieben Plattformen nochmal bauen 1,2,3,4,5,6,7 ja circa ja gut aber wenn wir so wenn wir ein Haus bauen wollen würden das wäre ja ewig's ne also ich würde da fast immer so eine große Plattform und eine Nebenbahn ich bin grad echt nicht hier ach so schaut's vielleicht auch ganz cool aus ne nur so das Bett könnte man eigentlich auch machen das sieht auch heimisch aus sag ich mal man wär halt da nicht so viel Aufwand ah man ich will das immer abreißen und speicher die ganze Zeit so jetzt noch das ja oder wir nehmen das einfach mit rein das geht natürlich auch ne wenn ich das eigentlich so mach jetzt pass auf ach das geht ja nicht das wollen wir ja nicht weil das ja das Wasser ist scheiße das Wasser ist direkt an der verkehrten wir hätten das Bett hier her bauen sollen mit dem Darkst oder wir bauen einfach die Dinger die sind nicht so tragisch ich mein so Turtles wenn wir beide mal wieder Turtles haben drei Sticks dann können wir die eigentlich umpflanzen so hier vor oder so da ist kein Wasser drin ist auch kein was kaputt ist da kein Wasser drin es hat doch grad geregnet nein mein Turtle dass wir das nicht wieder verwenden können oh der ist da unten hast du kaputt gemacht wieso kann ich das? achso auch kein so das Bett hast du kaputt gemacht nein nein oh Gott ich kann das nicht reparieren ich kann das auch nicht reparieren doch jetzt ja so Gott sei Dank hm wir könnten theoretisch bald schlafen aber ich glaube wir warten die Nacht einfach ab bauen wir hier erstmal oder planen wir mal ja ja aber die Folge ist eh vorbei fast ne also fast ja wir können schon mal bisschen planen ja was heißt fast so eine Minute oder eigentlich ist jetzt schon fast soweit ne 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 nicht ganz pass auf haben wir doch noch 5 Minuten ne ne weil wir doch vorher Überlänge gehabt haben ja ne also meines Erachtens da waren wir 5 nach halb fertig oder? ne ich meines Erachtens umhalten hm naja stimmt ja gut kurz ja so ungefähr da wärs mir eben jetzt zum Beispiel ein bisschen lieber jetzt pass auf zu früh als zu spät so 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 nicht wieder speichern so oh mann nicht dein Ernst das sieht so scheiße aus oh nein das kann nicht ja weil man die Plattform halt nicht so schön bauen kann ne das geht nicht schade dass man die nicht einfach so ziehen kann und eine große Plattform hat das kann du kannst nur einzeln bauen irgendwie das ist ein bisschen zum kotzen es nervt mich einfach nur es ist einfach wirklich nervig ja weil es halt überhaupt nicht symmetrisch ist sieht echt scheiß aus weil man auch nicht gerade gehen kann man muss gar nicht drum hüpfen ja ja scheiß drauf ist da halt ne Lücke drum meinste nein kann man da vielleicht ja ich hab Angst dass wir dann da kein Dach drauf pflanzen können ne wenn man Dach bauen will das muss man irgendwie ganz äh muss man irgendwie alleine bauen also selber bauen kann man aber noch nicht planen jetzt scheiße das ist doch zum kotzen wie wärs wenn man dann da ganz kurz ein bisschen custom wollen machen das kann ich das jetzt nicht bauen jeder halt jeder halt hin ha gott sack weiß ich bitte ja ja nein wieso tust du es weg äh ich hab's gehabt ich hab's gehabt ähm die Folge ist jetzt zu Ende komm alles gut guck mal weg oh mein Gott ich will jetzt weg bei einem irgendwie kann auch schlafen dann können wir ja guck mal ein bisschen zu gehen tadaa guck siehst du ja genau und das machen wir jetzt mit jeder Ding ist wurscht aber so sieht glaub ich ganz schön aus doch ähm ja dann danke fürs Zuschauen bis zur nächsten Folge danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge ja